um welches recht was ist denn für dich rechts bitte ja bombardement und ein trickloss, siehst du das nicht nett Mano! Bomm! Ah! Stört! Oh, Spacko! Oh, Spacko! Moment, Moment! So. Ja, ich bin mal die hier. Pam! Pam! Hm! Äh... Das nennt zu keinerlei Wirkung? Ich weiß ja mal nicht. Naja, ist mir eigentlich auch völlig egal. Ja. Ja. Sehr schön. Äh... Äh... Affenscheiße! Zum Glück hab ich die nicht weggeschissen. Bumm! Danke, dass du nützlich bist. Nein! Nein! So. Bein anputiert. Höhenangst. Äh, was gibt's denn noch? Pam! Nein! Ich bin gar nicht getroffen. Bam! Das hat ja geklappt, oder so. Das hat ja geklappt, oder so. Nee, nicht von wiedergegangen. Nee, nicht von wiedergegangen. Nein! 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 Die Panzerung ist kugelsicher! Nein! Nein! Welche Panzerrung du sparst. mit dem Ding Stützen die Hundertwoche Das ist ein verdammter Albtraum. Was für eine höllische Operation hat die Idioten hier uns eigentlich durchgeführt. Das ist kompliziert. Wir müssen ihn an der Lager abschätzen. Eine sichere Zone einrichten. Ich will ja nicht nölen, aber wenn euer gesamtes Final Echo Squad diese Spinner nicht unter Kontrolle bekommen hat, seid ihr echt scheiße. Die Skies und Creeps hatten wir im Griff. Aber sie sind bei weitem nicht das Schlimmste hier unten. Dann verrat uns doch, was hier unten das Schlimmste ist, Schwester. Wir nannten sie Burnouts. Sie sind komplett mutiert. Wenn wir einen sehen, wirst du es wissen. Na toll. Großartig. Einfach fantastisch. Da kann ich mich ja glücklich schätzen. Ja. Ganz klasse. Also das macht mich schon gut. Ich soll einen Crash überstehen. Er ist bestimmt auch kugelsicher. Das ist doch nicht. Hier kann doch mal überall da draußen aktivität liegen. Hast du das gesehen? Bedäulicherweise ja. Ja. Bam. Alter. Schießen. Nichts kann diese Hölle durchdrehen. Ihr durchtrennt das Kabel. Ja. Nee. Hab ich jetzt nicht gesagt, dass sie abstürzen? Naja. Aber das ist ja auch sehr absehbar. Absehbar. Ui. Und wir lösen, oder wie lösen wir dieses Problem? Ja, das ist, äh, eine sehr gute Frage. Puh. Hoffentlich wird das nicht mehr zu schwer. Ja, wo kann man das noch früh sterben? Ja, super. Au. Nee. Sie kommen. Dazu. Ihr müsst auf die Leuchten im Schönen-Ziel, sonst kommen sie immer wieder. Hier, Frey, gib mir die Glühbögen vor. Okay. Das sind also so eine, wir gehen mal in einem Schöcher, oder wie kann man das zick das? Was? Äh, wie soll ich mich dann, oder was soll ich das verbringen? Bam. Was heißt die denn greifen, oder so? Gut. Ganz immer reich. Treten? Ja, ja, nein. So. Äh. Zutaten. Aber um ehrlich zu sein, ist es leichter, als ich gedacht hätte. Machen die das, oder muss ich irgendwas machen? Gut. Pam. So. Yeah, Kopfschuss. Und Brustkass. Keine Muni mehr, super. Jetzt kann Muni sehr knapp werden. Cool. Gut, ich kaufe mir dann mal eben Maga, Maga, Maga. Maga, Maga, Maga. Maga, Maga. Ähm, und hier kann ich mir die Ladung entnehmen. Äh, kaufen kaufen. Und aufgeregt, und aufmerkaufkommen. So. Und. Ja. Munition, ich weiß nicht, ob die hier eng wird, oder ob... Was? Oder hat man wenigstens, ja. Na gut. Mach die Tür auf. Alles klar. Ja, wenn ich mich bewegen kann, irgendwann. Da, er... Dann ist aber nicht die Tür im Arsch, sondern der Schalter im Arsch. Das war aber schön. Bin ich aber trotzdem noch, wenn... Wenn der ganzen Final Echo Squad das nicht geschafft hat, dann sind wir wirklich ganz im Scheiße. Weil, also wirklich... Das ist doch echt so schlecht. So schwer, sie zu töten, ist doch dann... Nicht... Eigentlich... Kunst.